Ja, ich hatte lange Zeit das Problem, dass ich nie gute Vorlagen für Landingpages gefunden habe. Es gibt da ja Clickfunnels, zum Beispiel Unbounds, damit kann man Landingpages bauen, Leadpages, Instapages oder auch mit diesen ganzen E-Mail-Marketing-Tools wie Mailchimp oder GetResponse. Damit kann man überall Landingpages bauen, aber irgendwie haben die mir nie so richtig gefallen. Vielleicht so als Hintergrund, ich war tatsächlich mal fünf Jahre meines Lebens Conversion-Rate-Optimierer für so eine E-Commerce-Firma und deswegen kenne ich mich so ein bisschen aus mit Landingpages, die eben auf Conversions getrimmt sind und bisher war ich nie zufrieden. Und ich habe jetzt tatsächlich einen Anbieter gefunden, der richtig geile Landingpages hat und vor allem dabei noch so Funnels, so Quizfunnels. Also man kennt das von einer Werbeanzeige auf Facebook, man klickt da drauf und dann werden einem erstmal so ein paar Fragen gestellt und wenn man die dann beantwortet hat, um die Antwort zu bekommen, kann man dann dort die E-Mail eintragen. Benutzen vor allem so Recruiting-Agenturen sehr viel. Das gibt es jetzt in Kombi, also einerseits der baut Landingpages für mich und andererseits kann ich noch diese Quizfunnels damit bauen. Und das alles in einem Tool, das zeige ich euch jetzt hier am PC. Ach ja, und bevor es losgeht, du findest den Link zu dem Anbieter unten in der Videobeschreibung. Darüber kannst du das Ganze kostenlos ausprobieren. Ist natürlich auch ein Partnerlink, das heißt, ich habe da auch was von, dass ich hier dir in dem Video zeige, wie das geht. Würde mich freuen, wenn du dich darüber anmeldest und mich und meinen Kanal damit unterstützt, weil dann kann ich einfach in Zukunft noch mehr von diesen Videos hier machen. Vorab, vielleicht für die, die es jetzt nicht so ganz wissen, Landingpages braucht man vor allem für Werbekampagnen, weil da reicht eben nicht so eine einfache Webseite von so einem Homepage-Baukasten, sondern man will das wirklich auf den Call-to-Action, also auf die Conversion trimmen. Und diese ganze Seite soll nur darauf abzielen, dass Leute sich eben zum Beispiel mit der E-Mail eintragen oder das Produkt kaufen, genau so Sachen. Also man fokussiert wirklich den Traffic, den man da teuer einkauft bei Google-Ads, Meta-Ads, TikTok-Ads auf diese eine Seite und das soll halt dann passen und diese Seite muss dann halt optimiert sein. Genau, und jetzt gucken wir uns das am PC mal an. Erstmal ganz kurz hier als Proof, dass ich den selbst nutze. Also hier habe ich zum Beispiel irgendwie 1000 Seitenaufrufe, fast 700 Besucher und 61 Leads habe ich hier eingesammelt. Also das läuft für mich und zum Beispiel allein gestern waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Leads und das Ganze ist noch organisch. Also ich habe da noch nicht mal Paid Traffic drauf. Also das ist schon der Wahnsinn, dass das so gut funktioniert mit einfach hier Traffic von meiner Webseite oder auch von YouTube, die hier alle reinkommen. Also für mich funktioniert es und ich bin eben happy und vielleicht seht ihr, dass hier oben schon das Ganze heißt OnePage. Wie gesagt, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und der zeichnet sich halt vor allem dadurch aus, dass der hier so coole Landingpage-Vorlagen hat. Du kannst hier so ein bisschen sortieren oder dir die einfach mal angucken, zum Beispiel wenn du eine Agentur bist, ein digitales Produkt oder hier ein Expertenbusiness hast und da einfach mal durchscrollen oder hier zum Beispiel so Personal Brands kann man wunderbar machen oder wenn du aber auch einen Shopify-Store hast und eine Produktseite hast oder wenn du zum Beispiel einfach irgendwie hier deinen Podcast promoten willst, dafür haben die eben Vorlagen und wir gucken uns jetzt am besten mal eine an, hier eine von den oberen, die sind halt perfekt auf Conversions optimiert. Ja, ich würde jetzt einfach mal die hier nehmen, zum Beispiel für so ein Webinar und dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Geben dem einfach kurz einen Namen. Genau und so sieht die Seite jetzt aus. Wir können die gleich auch anpassen, aber erstmal, warum ist die jetzt gut? Hier oben ist direkt die Überschrift. Man sieht, okay, es geht irgendwie um ein Webinar in der HR-Karriere. Man kann das Logo noch mit hinpacken und in dem oberen Teil der Webseite ist direkt dieses Input-Field. Also ich kann direkt meinen Namen, Vorname, Nachnamen und E-Mail eingeben. Ich kann mir ein Video dazu angucken, so ein kleines Teaser-Video, worum es in dem Webinar gehen wird. Genau, dann ist hier noch beschrieben, wer da mitmacht, also wer die Moderatoren sind. Ich kann mir hier noch mehr Informationen zu ziehen, wenn ich das möchte. Und hier noch so ein kleiner Counter, wann das Webinar anfängt. Das ist immer ganz gut, um eben ein bisschen Urgency, also Dringlichkeit zu suggerieren demjenigen, der hier auf der Seite landet. Und hier oben steht auch noch, wie viele Plätze bereits vergeben sind. Das heißt, wie viele Leute sich schon angemeldet haben. Also du siehst, ist es schon auf Conversion optimiert, weil Video ist direkt sichtbar, Input-Feld ist direkt sichtbar und hier unten ist noch so ein paar Trust-Elemente, dass schon ein paar Leute drin sind und eben noch diese Urgency dabei, dass es gleich losgeht. Das ist natürlich nur eine kleine Seite gewesen. Wir gucken vielleicht mal rein, ob wir noch was Größeres finden. Zum Beispiel hier, wenn du dein Experten-Business hier promoten willst. Schauen wir uns die mal an. Das ist jetzt so ein bisschen Website-Charakter gleichzeitig, aber eben auch super als Landing-Page, der Text ist wieder sehr leserlich. Hier das Video ist direkt mit Auto-Play und hier noch so eine Animation auf dem Play-Button. Man sieht wirklich, okay, man sollte hier klicken. Trust-Elemente, eine Bewertung mit drin. Hier auch wieder Trust-Elemente. Dann eine einfache Erklärung, wie das funktioniert. Und ihr seht, es ist auch wirklich top-designed. Also es sieht wirklich so aus, als hätte das ein professioneller Designer gemacht oder eine Agentur. Hier hat man Kundenstimmen, Video-Testimonials, die man mit reinsetzen kann. Ich kann hier aber auch einfach ein Calendly-Element reinziehen, einfach hier auf Plus und dann kann ich hier auf Call to Action und dann sehe ich hier dieses Calendly-Element und dann kann ich hier Calendly mit reinziehen und dann ist das automatisch mit drin. Also dann könnte ich mir diesen Teil sparen und Leute können wirklich direkt auf der Webseite hier dann den Termin bei dir buchen. Also du siehst, du kannst das super einfach anpassen, das Ganze. Das geht wirklich easy. Du kannst hier auch einfach die Textzeilen verändern. Die Textgröße ist hier direkt mit drin. Du kannst, ja, Medium XL und wie du das eben haben möchtest. Also das geht super einfach. Und du hast hier eben überall diese Abschnittselemente, die ja wirklich sehr, sehr gut sind. Zum Beispiel Vertrauenselemente hier. Da kannst du noch die Brandnamen nennen, mit denen du zusammenarbeitest. Testimonials. Also du siehst, der Homepage-Baukasten oder der Landingpage-Baukasten hat eigene Elemente allein nur für Conversions optimiert. Also zum Beispiel hier könntest du dann Testimonials von deinen Kunden mit reinsetzen. Du kannst da drunter direkt die Vorteile nennen, die die Leute haben, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Hier zum Beispiel unser Unternehmen in Zahlen. Also du merkst im Vergleich zu so anderen Homepage-Baukästen wie jetzt, weiß ich nicht, Jimnu oder Squarespace oder so, ist dieser Homepage-Baukasten beziehungsweise Landingpage-Baukasten von OnePage wirklich auf Conversions ausgerichtet. Und das Allerbeste, du kannst nicht nur diese ganzen schicken Seiten hier mitmachen, sondern die haben auch so Quizfunnels, wie eingangs versprochen. Und das sind ja so Umfragen, die dann dazu führen, dass Leute danach ihre E-Mail eintragen. Ich kann euch das mal zeigen, zum Beispiel hier auf meiner Webseite. Da habe ich das integriert. Und zwar kannst du hier dann diesen Quizfunnel beantworten. Und hier zum Beispiel, wofür brauchst du deine Webseite für mein Business? Dann klickst du auf Weiter. Wie viel Budget hast du? 15 bis 20 Euro. Was soll deine Webseite können? Blogpost, Onlineshop, Terminbuchung und ein E-Mail-Newsletter. Weiter. Wie viel Zeit hast du für dein Projekt? Zwei bis fünf Tage. Wie schätzt du dein technisches Know-how ein? Ich schaffe das. Genau. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo die Leute dann ihren Vornamen und ihre E-Mail eintragen. Und danach erhalten sie dann von mir eine persönliche Empfehlung für den Homepage-Baukasten, der für sie geeignet ist. Ja, das habe ich hier eingebaut. Und das sorgt eben dafür, dass konstant Leads reinkommen. Und das Ganze kannst du eben hier schön mit OnePage hier machen. Du kannst hier auch noch einen Linktree bauen, eben für Instagram und deine Social-Media-Accounts. Genau. Aber Hauptvorteil sind erstmal die schicken Landingpages, die wirklich, 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 muss ich sagen, so aussehen, als hätten die Agenturmitarbeiter für dich kreiert. Und diese Quizfunnels sind halt auch super geil. Die kannst du auch mit auf die Landingpages integrieren, um eben dann noch mehr die Conversions zu optimieren und noch mehr Conversions zu erhalten. Das war es auch schon. Das war OnePage.io. Wie gesagt, ein neues Tool am deutschen Markt. Du findest den Link unten in der Videobeschreibung dazu. Würde mich freuen, wenn du das Ganze mal ausprobierst. Ist erstmal kostenlos. Du kannst, glaube ich, bis zu drei Seiten erstellen. Und wenn du die dann live nimmst, klar, musst du eine Domain kaufen und die dann verbinden und dann auch upgraden. Ach ja, und eine Sache noch. Das Ganze kostet so um die 15 Euro im Monat, Wenn man diese Quizfunnels dazu haben will, kostet es, glaube ich, nochmal 30 Euro on top, weil es gibt eben die Konkurrenz Perspective.io und Hayflow. Und die kosten, glaube ich, schon so 70, 80, 90 Euro im Monat. Deswegen lassen die sich von OnePage.io das natürlich auch bezahlen, wenn du diese Premiumfunktion haben willst. Aber reine Landingpages, womit du Name und E-Mail einsammeln kannst, kostet 14,70 Euro, also knapp 15 Euro im Monat. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gerne unten einen Daumen hoch da lassen. Und wenn du noch mehr rund um das Thema Website erstellen und Landingpages erstellen hören möchtest, einfach unten auch meinen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.